Ich versuch, dich aus dem Kreis zu stoßen. Du versuchst, fünf Sekunden durchzuhalten. Nicht zu grob mit dem Frischling, Gally. Fertig? Komm schon, Frischling. Wir sind noch nicht fertig. Hör auf mich, Frischling zu nennen. Ich soll dich nicht so nennen? Wie soll ich dich denn nennen? Strunk? Weißt du was? Ich hab mich für Strunk entschieden. Los, kämpf endlich! Abi! Alles okay? Was ist denn los? Sie sind hier. Darüber? Thomas, was machen wir jetzt? Lauf, lauf, lauf! Jeff, komm schon, lauf, lauf, lauf! Lauf, lauf, lauf! Hier rein! Leute! Hey, was y'all want to do is try to stack them up to where it's more of a point, like a higher angle. Okay. Because that will let more air flow through there and it's not as compact as it is. Yeah. So. One, two, three, four. Yeah. So, let's say he grabs one side, okay? Right there. All you gotta do is go down. There you go. Now that I got your forearm, it's one solid movement. Okay, now watch. Now that I got your forearm, it's one solid movement. We're going to roto, right? So, you bring him... So, you bring him... ...here... ...and that pushes back. Get high, and with this part of the machine here, will be all these narrows, like all the complexities we're trying to tell. What's through that? We're not traveling. We're not traveling. We're coming from that. A, the maze, and then the... And C-mark. And then roll in as they come in here. Like here? No, no. Whatever you have... Help! 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 You got it! Dad calm down... Dad peace! I got it! Do it! Tag 1, Frischling. Raus aus den Federn. Was ist das hier? Weißt du deinen Namen? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Wer hat uns hergebracht? Wissen wir nicht. Was ist da draußen? Das Labyrinth. Jeden Morgen, wenn sich diese Tore öffnen, suchen die Läufer einen Weg nach draußen. Niemand hat bisher eine Nacht im Labyrinth überlebt. Was passiert mit ihnen? Wir gehören hier nicht her. Es wird Zeit rauszufinden, womit wir es hier zu tun haben. Alles hier hat sich verändert, seit du aufgetaucht bist. Ein Mädchen. Thomas. Warum sind wir anders? Was, wenn wir aus einem bestimmten Grund hier sind? Du bist nicht wie die anderen. Du bist neugierig. Aber wenn du hierbleiben willst, muss ich wissen, ob du die Regeln einhältst. Das ist das, ich bin genau. Du bist nicht ACs. 畢 statistical. Punkt. Ich bin genau. Und wir müssen jetzt? Ich bin나� λ. Vielen Dank.